Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge A Way Out. Wir sind in der Kanalisation, nachdem wir das Scheißhaus rausgebrochen haben. Und jetzt muss ich erstmal die Tür aufmachen. Gucken, wie das geht. Ich will weiterkommen. Ah, kacke. Ich brauche einen Schlüssel. Das sollte work'n. Ja, so geht's auch. Boah, das war von laut. Gut. Oh, hier ist direkt mit Tür. Musst du mal gleichzeitig? Wahrscheinlich. Warte, eins, zwei, drei. Ja. Mal kurz, wie ich gesagt habe. Okay, da vorne ist ein Pfeil. Es gibt mehrere Wege, oder? Wahrscheinlich. Okay, hier ist ein Misthorfen. Warum ist hier ein Misthorfen unten? Da willst du gucken? Ich mach dir Licht. Frische Code. Okay, da sind wir hergekommen. Ja, frische Losung. Ich hab's auch kurz gespielt, das Jägerspiel. Aber ich glaub, es ist mir zu langweilig. Ich hab's auch gar nicht so langweilig. Echt? Richtiger Jäger. Frische Losung. Wir müssen die Losung suchen. Ah, jetzt sind wir wieder hier vorne, gell? Scheiße, hier sind wir durch die Tür. Frische Losung. Hier liegt Flasche, die kann man doch abbrechen. Da haben wir ja schon mal eine Waffe, wenigstens. Also hier heißt es Area A, ist da links. Ach, hier geht's um die Ecke, nee. Das ist aber auch noch nix, wo man was drücken könnte, gell? Hier ist halt so ein bisschen Platz unten drunter. Du könntest doch hier mal durchkrabbeln. Irgendwas übersehen wir hier. Ach doch. Das ist richtig hier, gell? Ah ja, jetzt sind wir schon mal hinter dem Eingitter hier. Ja, man. Ich hab's schon mal gelohnt, bis. Ich hab's schon mal gelohnt, bis. Ich hab's schon mal gelohnt. Ich hab's schon mal gelohnt, ich hab's auch schon mal gelohnt. Ich hab's schon mal gelohnt, ich hab's schon mal gelohnt. Obwohl, jetzt ist es ganz schön breit. Hier, gib mir deinen Arm. Jetzt nicht hochgelaufen. Jetzt nehm ich mich. Ja, sag's. Oh, ist das so richtig? Oh nein, ich habe mich verdrückt. Achtung, mein Timing ist scheiße. Ich muss erst... Jetzt. 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 Ah, ich habe verkackt. Achtung, warte, lass mich erst. Nein, ich habe mich schon wieder verdrückt. Achtung, du darfst nicht, sonst falle mal. Oh, ich verdrück mich als. Was mache ich denn? Nein. Aber du kannst noch einen, ich will einen in den Führung. Scheiße. Jetzt musst du erst. Okay, jetzt können wir beide. Ah. Oh. Oh, ich mache schon. Nein, jetzt habe ich verkackt. Warte, 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 warte. Der Zweimer. Okay. Scheiße. Achtung, nur drücken. Ich habe schon wieder verkackt. Jetzt, ne, wir sind noch nicht ganz gerade jetzt. Oh Gott, Achtung, nicht drücken. Ich glaube, jetzt habe ich es, ne, ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich es raus, aber zum Glück habe ich auch verkackt. Okay. Das wäre gefährlich geworden. Nein, Achtung, ich habe verkackt. Was ist denn? Ich will es jetzt runter schmeißen. Ich glaube, wir haben es gleich, oder? Okay. Jetzt war ich zu wild, ey. All right, all right. Take it easy, man. Okay. Ach, wir sind oben hier heute. Das ist so hart. Das ist das Schwerste bisher. Ne, das, wo ich ganz viel drücken musste, halt. Was schon Angst? Das ist so schlimm. Ich glaube, das ist das so. Wir sind überhaupt nicht so schlimm. Eine Wrenke wäre schön. Es ist nur ein Ort, der ihr kann das kaufen. Das richtige Spiegel. Attisch. Ich denke, das ist auch das gleiche Weg, richtig? Ja. Keine Kindheit trứng auf Ihren Schaufen? Ich kann nicht. Schau dich, supplier. Auch runter ist schwierig, erst mal wieder in die Position zu kommen. Alles umsonst. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da einfach in die Werkstatt... Wieso können wir einfach in die Werkstatt? Wir sind rausgebrochen. Oder gehen die immer dann wieder komplett zurück in ihre Zelle? Die haben noch keinen Endboss. Ich glaube, die haben mich hinten auf den gezeigt. Es ist Zeit. Einen Nagel werde ich wenigstens reinhauen. Okay, ich hab nen Nagel reingehauen. Was kann ich hier machen? Oh, hier kann ich was untersuchen. Ah, da können wir die Schraubenschlüssel verstecken bestimmt. Die Handwerken... Die Handarbeit hat mir nie geschadet. Ich glaube nicht, dass ich noch ein Blatt verwendet habe. Es ist mir bald durchgesägt. Ich glaube, ich kann es nicht durchsehen. Ich müsste schon links durch sein. Ich glaube, das war eine gute Handwerkschrift. Ich denke, das war ein gutes Werkstatt. Das ist ein schönes Werkstatt. Das ist ein schönes Werkstatt. Das ist ein grosses Werkstatt. Das ist ein schönes Werkstatt. Was sagst du, die Werkstatt aus hier rausgehen? Nein, jemanden sie helfen, zumindest zwei Wochen. Das ist das einfach, oder? Nun, ich habe nie gesagt, es war einfach. Oh nein. Ich bin hier durchgelaufen. Ah, ich glaube, hier können wir das Ding durchgeben. Es sieht aus, dass es etwas hinter dem Bind ist. Ja, das habe ich von der anderen Seite schon gesehen. Da muss man bestimmt den Schraubenschlüssel reintun. Ja, eine muss ihn dann holen. Ach ja, du hast ihn. Hey! Das ist mein Ratsch. Ah, sorry. Warte, ich muss nicht kommen. Ich muss eine Ablenke bestimmt. Es ist ein langes Mal, seit ich drillte. Okay, wenn du was machst, würde ich auch noch irgendwo spielen. Aber es gibt nichts mehr. Ich glaube, ich habe schon die coolen Sachen gemacht. Konnert. Was ist das... Was ist denn denn ? Hey! What do you want? What do I want? Yeah. What do you want? Tja, auch wieder an deiner Einstellung. Tja, Loser, wir haben da einen Schraubschlüssel. Los, wir haben abgezogen, den Loser, ich komme jetzt hier, strecke die Hand durch, das war einfach, easy. Ja, ja, jetzt mussten wir ihn hier abziehen, hinter Rücks. Wir müssen uns erst mal prügeln gehen draußen, jetzt haben wir einen Schraubenschlüssel. Ich habe einen Schraubenschlüssel, los, gehen wir uns dreschen. Kommen leider nicht weiter da. Vorhin, als die so gelaufen sind, habe ich gedacht, wow cool, die haben denselben Gürtel, aber wir haben doch alles Häftlingsoutfit an. Ah, verdammt. Das ist denn irgendwo anders in dem Tun. Ah, hier durchs Fenster. Jawohl, so weit, so gut, die Crime Bros auf dem Weg zur Flucht. Jawohl, korrekt und du hast die Tischen aufgemacht. Soll ich zuerst? Hey, lass mich rein, Mann. Ach so, du hast ja das Ding, stimmt. Ich kann es vergessen, dass du den Schraubenschlüssel hast. Ha, ihr Trottel. Ich muss erst die Treppe, ach stimmt, ich muss die Treppe hoch. Doch da oben ist ja meine Zelle. Oh nein. Bestimmt muss die dann irgendwann schnell rübergehen. Ich stelle mich schon mal hier hin. Ach ja, ich kann dir irgendwie helfen. Ha, der Loser. Ihr kriegt uns niemals. Wir haben Scheißhaus. Ja, ich bin schon dabei. In unserem Kloschrank haben wir uns versteckt. Ihr werdet nichts finden. Wind zum nächsten Ehren, Männer. Ja, die Barschrank. Die Barschrank. Ja, Herr, das ist Kling. Die Barschrank. Hey, Baby, du gut? Oh, Gott, ich schweig dich. Ich schweig dich auch. Linda, ich habe einen Plan, um hier rauszuholen. Gut. Was kann ich tun? Keine Angst. Ich habe jemanden, die mir in hier helfen. Wer ist das? Sein Name ist Vincent. Ist das legit? Klar, so korrupt. Dieser Mann will nicht mehr so viel wie ich mache. Was? Warum? Ich weiß noch nicht, aber ich werde herausfinden. Okay. Also, wie ist Alex? Es ist sechs Monate. Er erinnert seine Vater. Shit. Ich erinnert ihn, Linda. Er hat er herausbekommen? Nein, nein, hör mal. Es ist gut. Er glaubt, dass du in Italien in der Arbeit helfen kannst. Gut, gut. Any Probleme von Harvey? Keine Angst. Er wird uns finden. Und du sicher? Ja. Ich habe einen neuen Ort. Wir müssen jetzt sicher sein. Das Sonne. Baby, Baby, hör mal. Wir müssen das durchführen. Wir müssen nur aufhören. Hey, warum bist du noch nicht? Niemand kommt für dich. Vielleicht hat sie nur aufhören. Ich werde etwas mehr. Nein, mehr Besucher kommen heute noch. Du willst du eine Telefonnummer? Oder du willst du zurück nach deinem cell? Ich möchte eine Telefonnummer, Sir. Los geht's. Ja? Carol, warum bist du hier nicht? Because ich bin nach Hause, expecting unser Baby. Please. Wir haben darüber gesprochen. Nein, du hast darüber gesprochen. Nein, du hast darüber gesprochen. Nein, du hast überhaupt nicht gesagt. Du bist in prison. Ich werde bald sein. Ich werde bald sein. Listen zu dir, Vincent. Das ist nicht so, wie du bist. Ist das so, wie du willst dein Kind der Zukunft zu erinnern? Nein. Aber ich muss sich um die Situation der Harvey. Carol. Du wißt du, dass er verletzt Garry hat. Er war meine Familie. Mein eigener Freund. Nein, er ist hingelassen worden. Das Schlimmste, was es gibt für ein Häftling. Mies. Das war's. Das ist ein Häftling. Das war's. Ich habe es. Das war's. Das war's. Wir werden heute Abend. Ich bin bereit. Du hast den Wrensch? Ja, aber einfach nicht schlafen, okay? Du schützt mich? Du denkst, ich werde das Klamm wiederholen? Ich hoffe, wir müssen nicht mehr. Es ist nichts zu hoffen. Es ist nicht passiert. Los, nimm ihn. Okay, der Sturm zieht auf und wir wollen ausbrechen. Und es ist der perfekte Moment, einen Cut zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß.